In einem anderen Video. Wir spielen heute Nebelus, aber ich werde euch das nicht so groß erklären, denn ich glaube im laufenden Video wird man sehen worum es da geht, was man machen muss. Und ich werde euch einfach mal so meine Skills im Zeitraffer zeigen. Also würde ich sagen, viel Spaß und ab in den Zeitraffer. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020